Musik Hat Spaß gemacht und ich würde es auch immer wieder gerne machen. Gut, war sehr spaßig, hat eine wahre interessante Abwechslung gemacht, war schön. Also ich denke mal, ich alleine hätte die Aufgabe nicht geschafft. Diese drei würden es auf jeden Fall immer wieder tun. Und er freut sich ganz besonders drüber. Volker Schwergal. Er betreibt nämlich seit vergangenem Sommer den neuen Freizeitspaß in Hanau. Das Adventure Castle, ein Live-Escape-Room-Center. Dabei müssen Teams in realen Räumen gemeinsam Rätsel und Aufgaben lösen, um ihr Abenteuer zu bestehen. Spielring ist ganz einfach. Alles untersuchen, gucken, was man findet und was man mit diesen Sachen machen kann. Heute lauscht Volker Schwergal eine Gruppe der Firma Herreus aus Hanau. Der Ausflug ins Adventure Castle soll den Zusammenhalt als Team noch weiter stärken. Aber auch Familienausflüge, Kindergeburtstage oder Junggesellenabschiede können hier verbracht werden. Zur Auswahl stehen aktuell zwei Rätselräume. Die heutigen Gäste wagen sich ins Hexenhaus. Nach rund einer Stunde ist der Spuk vorbei und die Knobelfreunde sind begeistert. Manchmal Sachen suchen, einfach mal eine Schublade rausnehmen und mal gucken, was vielleicht unten drunter ist, weil man das auch im ersten Blick nicht sieht. Das ist einfach mal so ein bisschen um die Ecke denken, ist das in dem Moment, was oftmals gefordert wird. Ja, es war anstrengend. Das hat mir gezeigt, dass wir auf Teamarbeit angewiesen sind. Also die Aufgaben alleine konnte man das gar nicht lösen. Wobei doch am Anfang jeder so erstmal anfängt, sein Ding zu machen und erstmal den ganzen Raum untersucht. Ja, wie gesagt, gemeinsam haben wir es geschafft. Gestartet hat Volker Schwergerl das Projekt Adventure Castle, aber mit Draculas Gruft. Ein Raum voll dunkler Geheimnisse. Aber auch hier ist alles bis ins kleinste Detail liebevoll erdacht und kreiert. Das machen wir alles zusammen und alles selbst. Wir haben ein Mädel, der ist von einer Schule, von einer Gestaltungsschule und macht hier ein Jahr Praktikum. Die hat hier verschiedene Rätsel auch mit entworfen, dekoriert und das machen wir alles zusammen. Also wir entwerfen ein Rätsel, wo wir sagen, das brauchen wir, das macht Spaß. Da haben die Leute Spaß dran und dann erst gucken wir, wie wir das bauen können. Und so funktioniert es eigentlich. Ungefähr drei bis vier Monate braucht das Team, um einen Raum zu bauen. Und die Rätselfreunde dürfen sich freuen. Bis Ende 2017 soll nämlich ein neues Abenteuer entstehen. Ein Maya-Tempel voller Geheimnisse. Und das oberste Ziel dabei wie immer... Einfach eine Stunde Spaß haben, ja. Die sollen einfach die nächsten zwei, drei Tage das, was sie gespielt haben, noch hier im Kopf haben und sagen, boah, das ist toll. So wie wenn man im Urlaub war und man kommt zurück und sagt, ach, weißt du noch der Urlaub? Und so möchte ich gerne, dass die die Räume in Erinnerung haben.